Mit Bitcoin werde ich reich. Ein Gedanke, den du wahrscheinlich auch hattest, als du dich das erste Mal mit Bitcoin auseinandergesetzt hast. Doch bevor man sich versieht, findet man sich in einem unendlichen Kaninchenbau wieder. Ein Kaninchenbau, der Abzweige zu Themen hat, von denen man ohne Bitcoin wohl niemals erfahren hätte. Die Themenfelder sind vielfältig. Thermodynamische und physikalische Modelle, libertäre Philosophie, Volkswirtschaftslehre nach der österreichischen Schule, politische Regulation, Gesetze der Kryptografie und Computer Science. Und nicht zuletzt die Geschichte des Geldes. Hört sich alles viel zu kompliziert an? Keine Sorge, wir starten mit einem einfachen, aber extrem wichtigen Thema, das zumeist in der Wirtschaft behandelt wird. Heute beantworten wir die Frage, was ist die Spieltheorie? Und damit heisse ich dich herzlich willkommen bei Bitcoin Reise. Hier behandeln wir Themen der Bitcoin Welt. Unser Ziel ist es, dass du dich mit unseren Beispielen und einfachen Erklärungen im Bitcoin Dschungel zurecht findest. Spieltheorie kommt immer dann zum Einsatz, wenn man das Verhalten einzelner Akteure in konkreten Situationen analysieren oder vorhersagen möchte. Das Ziel der Spieltheorie ist, das rationale Handeln in Entscheidungssituationen abzuleiten. In der Betriebswirtschaftslehre versucht man durch Spieltheorie zum Beispiel das Verhalten von Unternehmen oder Personen in einem Markt zu untersuchen. Dazu werden Entscheidungssituationen simplifiziert und entsprechende Handlungskonzepte entwickelt. Die Entscheidungen stehen normalerweise in Abhängigkeit von Konkurrenten, Kunden oder Produzenten. Die Spieltheorie ist spannend, da komplexe Abläufe durch das Herunterbrechen auf konkrete Entscheidungen einfach dargestellt werden können. Für gewöhnlich wird eine Spieltheorie als Entscheidungsmatrix dargestellt. Es sind dafür immer mindestens zwei Akteure notwendig. Für seine Erforschungen im Bereich der Spieltheorie bekam der Finder des Nash-Gleichgewichts, John Forbes Nash, im Jahr 1994 den Wirtschafts-Nobelpreis. Wir schauen uns das Nash-Gleichgewicht mal an einem einfachen Beispiel an. Zwei Unternehmen möchten ihren Umsatz im gleichen Markt steigern. Einfachheitshalber nennen wir diese Unternehmen Nike und Adidas. Es gibt zwei Möglichkeiten mehr Umsatz zu erzielen. Preise senken oder Werbung schalten. Zwei Unternehmen haben zwei verschiedene Möglichkeiten, was uns zu vier verschiedenen Szenarien führt. Für jedes Szenario wurden entsprechend Punkte vergeben. Je mehr Punkte, desto besser die Strategie und desto mehr Umsatz. Die Annahmen für die Punkte sind die folgenden. Schalten beide Werbung bekommen zwar beide die Aufmerksamkeit der Kunden, müssen sich jedoch diese mit dem Konkurrent teilen. Schaltet Nike Werbung und Adidas reagiert mit einer Preissenkung, hat zwar Nike die grösste Aufmerksamkeit, die Preissenkung von Adidas funktioniert jedoch besser. Senkt Nike die Preise und Adidas schaltet Werbung, passiert das Gleiche. Senken beide die Preise, wird es von den Kunden nicht als Rabatt wahrgenommen und die Umsatzsteigerung bleibt aus. Kennt man die Ergebnisse, lassen sich dominante Strategien ableiten. Als First Mover ist es stets die dominante Strategie, die Preise zu senken. Das Unternehmen, welches nachzieht, hat keinen Anreiz ebenfalls die Preise zu senken. Es wird Werbung schalten. Befürchtet man beispielsweise, dass die Konkurrenz ihre Massnahmen schneller umsetzt, so ist die Option Werbung schalten die sichere Variante. Schaltet ein Unternehmen zuerst Werbung und das andere senkt die Preise, so ist es für beide Unternehmen die dominante Strategie, bei ihrer Wahl zu bleiben. Ein Wessel würde für beide eine Verschlechterung bringen. Diese Annahmen sind ein Musterbeispiel eines Nash-Gleichgewichts. Ein Nash-Gleichgewicht beschreibt eine Situation, bei der sich keiner der beiden Unternehmen durch einseitiges Abweichen seiner Strategie individuell besser stellen kann. Eine Möglichkeit, wie du dich allerdings besser stellen kannst, gibt es. Begleite uns auf der Bitcoin-Reise und abonniere unseren YouTube-Kanal. Genug aber mit der schlechten Eigenwerbung. Stehen zwei Unternehmen dem Problem gegenüber, dass die jeweils individuell dominante Strategie nicht zu einem kollektiven Gewinn führt, spricht man von einem Gefangenen-Dilemma. Es führt zu einem schlechteren Output für beide Teilnehmer. Pausier das Video und versuch das Ganze mal mit diesem Beispiel zu verstehen. Die Situation wird immer damit enden, dass beide Unternehmen die Preise senken. Insgesamt für den Markt das schlechteste Resultat. In der Realität wird natürlich alles deutlich komplizierter, da Wahrscheinlichkeiten und Gewichtungen eine grosse Rolle spielen. Nichtsdestotrotz hilft die Spieltheorie anhand ökonomischer Anreize, Handlungen abzuleiten. Doch welche konkreten Situationen gibt es in der Bitcoin-Ökonomie? Spieltheorie findet im Bitcoin-Netzwerk viele Anwendungsfälle. Wir haben für dich unsere zwei liebsten spieltheoretischen Denkansätze herausgesucht. Korrupte Bitcoin-Miner und die Adaption verschiedener Länder. Beginnen wir mit den korrupten Bitcoin-Minern. Das Mining von Bitcoin geschieht für gewöhnlichen sogenannten Mining-Pools. In diesen Pools schliessen sich individuelle Miner mit ihrer Hashrate mit anderen Minern zusammen. Eine hohe kumulierte Rechenleistung im Pool erhöht die Chance, gemeinsam den nächsten gültigen Block zu finden, verringert aber den Ertrag pro einzelnen Miner. Würden sich die drei grössten Mining-Pools der Welt zusammenschliessen, würden diese den Grossteil der Rechenleistung im Netzwerk kontrollieren. Zusammen bringen sie es auf eindrucksvolle 60% der weltweiten Hashrate im Bitcoin-Netzwerk. Damit könnte eine 51%-Attacke zur Realität werden. Beispielsweise könnten die Angreifer Transaktionen rückgängig machen, Coins mehrfach ausgeben oder andere Regeln im Netzwerk ändern. Wieso haben aber nur so wenige Angst vor diesem schrecklichen Szenario? Lassen wir mal aussen vor, dass die einzelnen Miner zu jeder Zeit ihren Mining-Pool wesseln können. Regeländerungen zum Vorteil der dominanten Mining-Pools würden vom Großteil des Netzwerks nicht akzeptiert werden. Die Notbetreiber würden die neuen Regeln nicht annehmen und die Blöcke ablehnen. Durch die transparente Natur der Blockchain wäre jede Änderung offensichtlich und Bitcoin würde seine Qualitäten als Wertspeicher sofort verlieren. Ein rapider Preisverfall würde sich einstellen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Regeländerungen, die zwar möglich wären, aber nur einigen wenigen dienen würden, keinen Erfolg hätten. Die Hardware der Miner würde wertlos werden. Die erhaltenen Bitcoin ebenso. Das System bietet den Anreiz ehrlich zu bleiben und nach den Regeln zu spielen, die für den Grossteil des Netzwerks am vorteilhaftesten sind. Entsprechend haben die dominanten Miner also keinen ökonomischen Anreiz, sich zusammenzuschliessen und etwas zu ihren Gunsten abzuändern. Wie sieht es hingegen bei der Adaption verschiedener Länder aus? Nach dem mutigen Schritt durch das zentralamerikanische Land El Salvador im Jahr 2021 wurde Bitcoin im ersten Staat der Welt offiziell als legale Währung eingeführt. Damit hat der erste Spieler im Spiel der staatlichen Bitcoin-Adaption seinen Zug gemacht. Dieser kam für die meisten anderen Spieler unerwartet, sodass vor Einführung kaum Gegenmassnahmen unternommen werden konnten. Seitdem schauen viele weitere Länder mit hohen Inflationsraten oder ohne eigene Währung sehr genau auf das Beispiel Bitcoin in El Salvador. Interessant ist, dass seit der Einführung in El Salvador auch andere Spieler, wie die Zentralbanken oder der internationale Währungsfonds, aktiv im Spiel der staatlichen Bitcoin-Adaption mitspielen. Diese Spieler versuchen jeden weiteren Spieler daran zu hindern, sich für Bitcoin zu entscheiden. Es drohen nun also massive Sanktionen, wie beispielsweise der Verlust internationaler Fördergelder. Durch die vielen Unbekannten in diesem spieltheoretischen Ansatz ist der Ausgang alles andere als klar. Fragt man überzeugte Bitcoiner, so würden die Länder mit den höchsten Inflationsraten am meisten von einer frühen Adaption profitieren. Die Early Mover hätten einen grossen Vorteil gegenüber den Ländern, deren Währungen momentan noch halbwegs stabil sind und die deshalb noch keinen Grund für einen Wessel sehen. Denn je früher diese Entwicklungsländer Bitcoin adaptieren, desto günstiger ist der Preis in US-Dollar und desto mehr Bitcoin könnten sie kaufen. Bitcoin-Kritiker hingegen sehen in dessen Adaption den geldpolitischen Suizid. Staaten und Regierungen würden dadurch ihre Macht aufgeben und sich selbst extrem schaden. Was schlussendlich eintrifft, kann auch spieltheoretisch nicht genau vorausgesagt werden. Wie bereits erwähnt, spielen Wahrscheinlichkeiten und Gewichtungen in der Realität eine grosse Rolle. Was du jedoch aus diesem Video mitnehmen kannst? Durch Spieltheorie wird der Ausgang eines Szenarios deutlich, obwohl es noch nie praktisch durchgeführt wurde. Die Theorie gilt, solange sich Spieler rational verhalten. Kennt man alle Variablen, wie in unserem Beispiel mit Nike und Adidas, ist das Ergebnis sehr deutlich. Bleiben hingegen viele Kernfragen offen, wie bei der Adaption in verschiedene Länder, kann Spieltheorie maximal als Annäherung an die Wahrheit, als Entscheidungshilfe oder als ein aktueller Stand dienen. Auch wenn Spieltheorie ihre Grenzen hat, so hilft sie uns komplexe Vorgänge und Anreize bei Bitcoin zu verstehen und nachzuvollziehen. In jedem Fall helfen diese Theorien dabei, Denkanstösse zu liefern und sich über Möglichkeiten und Herausforderungen in der Zukunft klar zu werden. Wenn wir also das nächste Mal sagen, Bitcoin liefert die richtigen Anreize, dann beziehen wir uns auf die Spieltheorie. Dir hat unsere einfache Erklärung gefallen? Like und kommentiere das Video! Geniesse die Bitcoin-Reise und bis zum nächsten Mal!